Jo, ist diesmal wieder euren Super Rap ZFLB-Mippi mit schon mit fünf Abonetten, die schon geteilt haben, fünf Abonetten. Und heute ist, also nicht heute, sondern morgen ist der berühmte Valentinstag. Und heute ist eine kleine Reaktion und keine Ansage, dass morgen für alle Leute da draußen liegen. Das morgen, der 14. Februar, als Valentinstag bezeichnet wird. Und Rap ZFLB-Mippi und Rap ZFLB-Mippi mit dem ersten Mal wieder auf seinem YouTube-Channel-Kanal, den Rap ZFLB-Mippi. Ich werde schicken, mein Video veröffentlicht, dass morgen, diesen Tag, der Valentinstag des Morgens wird beten. Wer war veröffentlicht, steht von mir. Das ist der erste Brief. Und ja, ich muss mir wahrscheinlich oder heute, entweder oder nicht, ich hoffe es morgens klappt, dass ich einen weltfassischen wunderbaren Liebes-Rap mache. Heute, heute, entweder oder morgen, am Montag oder am Montag oder am Dienstag, wenn ich es wahrscheinlich schaffe. Aber meine Mutter ist leider je nachdem zu Hause oder auch immer zu Hause. Meiner Mutter geht es ein bisschen scheiße. Aber ich hoffe, dass ich heute, entweder oder morgen, wie gesagt, ein Liebes-Rap mache. Heute, morgen, keine Ahnung. Wenn das nicht am heute oder am Montag oder am Montag oder am Montag nicht klappt, dann muss ich halt entweder einen Tag vom Dienstag bis dem nächsten Wochenende wahrscheinlich ein Liebes-Rap machen. Aber meine Mutter ist ja immer da, kann ich fast nicht glauben, das ist nicht krass. Aber der Raps-Rap habe ich nicht verspricht euch, dass dieses Raps dann heute noch wahrscheinlich, dass ich ein bisschen noch die Zeit habe, für mich alleine zu Hause zu sein, ein super wunderbares Liebes-Rap zu machen kann. Das ist einfach heute möglicherweise klappt, dass ich ein Haus alleine habe kann, wirklich alleine habe. Das ist ja, ich hoffe, dass ich ein Liebes-Rap. Nach heute oder noch irgendwann das machen kann. Aber meine Mutter ist immer zu Hause, immer zu Hause. Naja, aber ja. Nächsten Mal im kurzen Sinn, mache ich hier ein für morgen, für alle zusammen, da draußen, hier draußen, aus der Welt, auf der World Championship, da draußen, für alles, der Championship, dass ich für euch morgen eine super Reaction und eine kleine Aussage und keine Ansage, eine Aussage für euch von draußen, auf der Outside of the World Championship, für uns, die Leute, die Leute, dass ich für morgen eine Aussage, eine Aussage, eine Aussage, und das Valentine's Day und Valentine's Day vermorgen, dass ich es wahrscheinlich gut machen kann, für den Aussage, für den Wahnsinnstag und für den Rap, ganz liebes Rap. Ja, und hier ist heute, mein ehemaliger Rap Step Admin Bigby, mit 100 Brille, mit 100 Brille, dazu. Und, ich hoffe, ich könnte mir einen Live draufhalten, ein Abo, da lassen, für den Rap Step MFD, ich habe schon 5 Abonnenten, ich hoffe, dass es um 6, zu 7, zu 8, zu 9, zu 10, bis bis zu 100 Abonnenten kriegen kann. Und, ja, nicht lang, ein kurzer Sinn, stelle ich hier für alle zusammen zum Morgen, dass der Wahnsinnstag besteht, für morgen, für alle zusammen, YouTuber, Influenza, Menschen, die da draußen liegen am Tag, das für alle zusammen, für den Wahnsinnstag, für alle zusammen, die da draußen liegen. Okay, kurz lang, ein Sinn ist, gibt euer ehemaligen Rap Step MFD, ich habe schon 6, 5 Abonnenten, beim Rap Step MFD und RMB auf 1000 zusammen, gibt das 10, ich hoffe, dass mein Rap Step MFD und RMB auf 1000, beim RMB 500, und beim Rap Step auch 500 Abonnenten kriegen kann. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenender Sonntag noch, und morgen nicht alles vergessen, Don't forget, auf der, auf der, auf der, tomorrow, auf der Monday, ist Valentine's Day, für alle zusammen, hier ist eure Rap Step MFD und FMD dazu, und hier ist alles zusammen, ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag, und ich hoffe, dass ihr einen schönen und morgen einen schönen Valentinstag habt, hier ist Rap Step MFD und hier sage ich adios und amigos, und hier ist eure Rap Step MFD und ich wünsche euch morgen einen schönen Valentinstag, Tag, tschüss meine Fans an FF und FP und ihr Fans vertauschen und ein schönen Valentinstag.